Fünf Sterne Fitness in ansprechendem Ambiente. Ein individuelles Programm für Ihre Ziele. Powerplate, Dance-Aurobic, Sauna oder Massage. Sicher ist auch für Sie genau das Richtige dabei. Ihr Fitnessland Siegburg Hallo und herzlich willkommen, liebe Rhein-Sieg-TV-Zuschauer. Wie man hinter mir sieht, geht es heute ganz schön sportlich zu in Siegburg und passend zur Fußball-WM präsentiert heute der Mann ohne Nachnamen, nämlich Jürgen, seine neue CD. Und da gehen wir jetzt mal hin und holen uns ein Autogramm. Meine Güte, das ist schon das zweite Fußballfeld hier in Siegburg. Und so fleißig wie die Jungs spielen, da kann ja zur WM gar nichts mehr schief gehen. Unser Big Brother Jürgen sitzt schon da hinten und unterschreibt schon kräftig Autogramme. Und ich schmuggel mich jetzt mal durch die Leute und hol mir mein Autogramm für meine CD. So, jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Neben mir sitzt der Jürgen. Grüß dich, Jürgen. Hallo. So, wie sieht es denn aus mit dem neuen Song? Hast du irgendwelche Passagen versteckt, welche jetzt die Jungs motivieren sollen? Ich glaube, Motivation ist erstmal ganz klar, dass die Europameisterschaft in unserem Nachbarland stattfindet. Wir auch noch gegen Österreich in der Vorrunde spielen. Das soll Anreiz genug sein. Und ich hoffe, dass zum Schluss dieser EM dann ganz Deutschland singt. Deutschland ist der geilste Klub der Welt. Ich kann kein einziges Vorrundenspiel gucken, weil ich entweder Auftritte habe oder zu der Zeit, wenn das Spiel stattfindet, im Flieger sitze. Für mich die größte Katastrophe, die es überhaupt gibt. Wir sind ja auch immer auf Mallorca. Und er hat das Pech dieses Jahr, dass man im Flieger sitzen muss. Ich habe das Glück, dass ich, glaube ich, das Eröffnungsspiel sehen kann. Gegen wen spielen wir? Gegen Polen, glaube ich, als erstes. Und ja, und dann gucken wir einfach mal. Ich weiß selber jetzt gar nicht, muss ich meinen Tourkalender gucken. Scheißegal, ob ich das jetzt gucken kann oder nicht. Deutschland ist der geilste, geilste Klub der Welt. Und in dem Lied, wo es da gerade darum geht, über Lukas Podolski, der wird uns dann zum Titel schießen, oder? Auf jeden Fall. Es kann ja einer gehen. Wenn er nicht noch nachnominiert wird. Jawohl. Ich habe jetzt die Autogramme von Jürgen und Libero. Und die gibt es bei uns zu gewinnen. Einfach E-Mail an RheinSiegTV mit dem Stichwort Jürgen. Und das war es von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.